Unsere Forschungsergebnisse besitzen unmittelbare Relevanz für alle diejenigen, die in der Schule handeln, Lehrerinnen und Lehrer, aber auch diejenigen, die für die Entwicklung von Curricula zuständig sind. Fakt ist, dass in Deutschland immer mehr Schülerinnen und Schüler sich des Internets bedienen, um Informationen, die sie dann für die Erledigung schulbezogener Aufgaben, das Erstellen von Referaten oder Hausaufgabenerledigung benötigen. Und wir finden in unseren laborexperimentellen Arbeiten aber, dass offensichtlich ganz große Schwierigkeiten vorliegen, diese Texte gut zu verstehen. Gut verstehen würde bedeuten, beispielsweise, dass Konflikte, die in den Materialien vorhanden sind, eben auch identifiziert werden, sodass ein vollständiges Wissen um vielleicht auch die Vorläufigkeit des vorhandenen Wissens zu einem Sachthema vorhanden ist. In einer Studie, die wir letztens durchgeführt haben, haben wir 11- und 12-Klässler in deutscher Gymnasien kurze Texte vorgegeben, innerhalb derer ein ganz offensichtlicher Konflikt zu einem medizinischen Thema vorhanden war. Knapp ein Viertel haben diesen Konflikt nicht entdeckt. Was bedeutet, dass sie letztendlich ein sehr vorläufiges Verständnis von diesem Sachthema haben, weil sie Dinge für wahre Münze nehmen, die in der Wissenschaftswelt offensichtlich noch diskutiert werden.